Im heutigen Video geht es um das nächste Marvel-NFT-Comic, was wir sehen werden, außerdem um den nächsten Marvel-NFT-Charakter auf Vivi, die USPS Reads, außerdem Weihnachtsbriefmarken und Lamborghini ist vielleicht doch größer als Lizenz, als wir momentan denken. Das und mehr jetzt in diesem Video. Willkommen on board, ich bin's, dein Captain, dein Vivi Uchi mit den wichtigsten Vivi News, die du auf jeden Fall da draußen wissen solltest. Und deswegen würde ich sagen, starten wir heute auch direkt rein ins Video, wenn dir auf jeden Fall mal mein Content gefällt und du auf jeden Fall in Zukunft nichts verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall gerne den Kanal. Wir stehen auch gerade vor den 600 Abonnenten, also es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn wir diese tatsächlich noch vor dem neuen Jahr knacken würden. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir auf jeden Fall mit dem ersten Drop rein und zwar nämlich dem, der morgen am 22. Dezember um 17 Uhr deutscher Zeit ist. Und zwar sehen wir nämlich hier Mary X Man Holiday Special aus dem Jahre 2018 und das Ganze ist hier das Comic Hashtag 1. Wir sehen in dem Fall hier eine Special Edition von den X-Men. Ja, ist ganz interessant und ist natürlich auch sehr passend an dieser Stelle zu Weihnachten. Das Ganze ist außerdem eine Super Limited Edition, natürlich wieder mit exklusiven Rare und auch Ultra Rare Covern an dieser Stelle, wie immer. Und was heißt Super Limited Edition? Das Ganze heißt 10.000 Editions, beziehungsweise eigentlich ist es tatsächlich ja mittlerweile Normalität, aber trotzdem haben sie es hier an dieser Stelle so genannt. Genau, 10.000 Editions, Verteilung wie immer, Listenpreis an dieser Stelle, 7 Gems. Auf Go Collect findet man nicht wirklich etwas dazu, deswegen kann ich mich ehrlich gesagt zu dem Preis hier nicht wirklich äußern. Ich gehe aber davon aus, dass wir hier nicht von einem Grey Comic sprechen, da wir hier keine First Appearance haben. Wir haben es hier mehr oder weniger eigentlich eher mit so einer Art, ja, Special Comic einfach zu tun zu dieser Jahreszeit und zu dem ganzen Event Weihnachten. Anschließend haben wir den nächsten Marvel Character für euch mit da draußen dabei und dieser ist ziemlich interessant. Und zwar sehen wir hier American Chavez und hier sehen wir den ganzen Drop Morgan um 21 Uhr deutscher Zeit. Das heißt, einmal um 17 Uhr deutscher Zeit sehen wir den Comic und dann um 21 Uhr deutscher Zeit American Chavez. Und man kann jetzt von ihr halten, was man will, aber die Edition Zahl ist hier sehr interessant. Schauen wir uns aber erstmal an, was bietet das Ganze? Erstmal natürlich das Ganze wie immer im Blindbox Format und hier haben wir tatsächlich auch schon das erste Collectible. Das Ganze ist auch animiert an dieser Stelle, also ihr seht es schon hier, das ist keine super spektakuläre Animation. Mir gefällt sie trotzdem eigentlich gar nicht so schlecht. Die Ultra Rare an dieser Stelle wird nur insgesamt 1550 Editions haben und einen Listenpreis von 50 Gems betragen pro Blindbox. Das ist wirklich nicht viel. Außerdem sprechen wir hier über die First Appearance von America Chavez auf Vibi bzw. allgemein als NFT. Als nächstes kommen wir dann zu der Secret Rare und das ist nochmal sehr viel interessanter, denn hier haben wir es nämlich tatsächlich nur mit einer Edition Auflage von 500 Collectibles zu tun. Also insgesamt eine Edition Auflage von gerade mal 2050 Stück. Abzüglich natürlich noch die Collectibles, die an Vibi bzw. an die Lizenzgeber geben. Also in etwa hier unter 2000 Stück, die wir überhaupt public erwerben können. Also hier extrem wenig. Und ich gehe auch davon aus, dass das ganze Collectible hier ausverkauft sein wird. Einfach aufgrund der Edition Lage. Ja und nun sind wir bei den Briefmarken angekommen. Und dieser Job wird nämlich am 23. Dezember um 17 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Natürlich wie immer im Blindbox-Format in insgesamt fünf Varianten. Wir werden natürlich hier auf dem Motiv ein weihnachtliches Motiv sehen. Das ist ganz klar und wir können uns natürlich hier auch schon mal ansehen, was für Motive wir hier sehen werden. Und zwar werden wir wahrscheinlich jedes einzelne hier einmal sehen. Und dann wird es wahrscheinlich noch als fünftes hier einmal dieses Poster komplett geben. Eingerahmt, so wie es auch bei vielen anderen Briefmarken auch schon der Fall war. Ich gehe davon aus, dass wir Listenpreisen etwa von 6 Gems sehen werden. Auch eine relativ geringe Edition Auflage in etwa wahrscheinlich insgesamt 10.000 Editions. Also nicht allzu viel. Aber wer auf jeden Fall hier so ein bisschen auf dem Weihnachtsstil Briefmarken sammeln möchte, ich glaube für den ist das hier auf alle Fälle etwas. Anschließend kommen wir nochmal auf das Thema Lamborghini und Viviz tun. Diese Ankündigung hatten wir zur Decon 2022 in Anaheim. Und hier habe ich jetzt einfach nochmal etwas sehr Interessantes bei euch mit dabei, worauf ich eigentlich schon früher eingehen wollte, es aber einfach vergessen habe und jetzt aber einen Tweet gefunden habe, der mich dann nochmal animiert hat, das Ganze hier auf jeden Fall nochmal für euch vorzustellen. Und zwar, genau, ihr seht schon, wir haben Lamborghini sozusagen als Partner. Lamborghini gehört natürlich aber auch nochmal zu einer Gruppe. Und zwar nämlich zu der Gruppe von Volkswagen. Und das ist natürlich sehr interessant, denn zu Volkswagen gehören nicht nur Volkswagen, sondern auch Porsche, Bentley, Audi und sehr, sehr viel mehr. Oder auch Bugatti zum Beispiel als Luxusmarke in dem Sinne. Natürlich auch noch viele andere wie halt Ducati, MAN und so weiter und so fort, Skoda. Das sind jetzt natürlich nicht wirklich interessante Marken. Für mich persönlich sind zum Beispiel Audi, Bugatti, Bentley und auch zum Beispiel Porsche natürlich interessant. Porsche hat unter anderem auch seine ersten NFTs gedroppt. Das soll jetzt aber natürlich nicht das Thema sein, sondern worauf ich hinaus möchte, ist nämlich der Punkt, dass wir nämlich tatsächlich auch als erstes Marvel announced haben. Und wie ihr schon gesehen habt, Lamborghini ist auch nur ein Teil von Volkswagen. Genauso wie Marvel nur ein Teil von Disney ist. Das Ganze könnte natürlich an dieser Stelle wie eine Strategie sein, zu sagen, hey, wir werfen jetzt hier einfach mal die Lamborghini-Lizenz einfach mal raus und sehen, was passiert. Und wenn das sich der ganze Land lohnt, dann werden wir hier auch zuschlagen, beziehungsweise weitere Brands wie Porsche und so weiter dann auch releasen. Denn wir haben tatsächlich erst Marvel bekommen und erst im Anschluss haben wir dann wirklich die Disney-Lizenz bekommen. Das heißt, wir könnten hier auf jeden Fall auch in Zukunft dann wirklich eine Volkswagen-Lizenz sehen, wo dann natürlich alle Sub-Brands, das heißt, wir können das nochmal aufrufen, zum Beispiel Volkswagen selbst natürlich, dann aber natürlich auch Bentley, Bugatti oder auch Porsche mit dabei sein könnten als NFTs. Für mich persönlich auf jeden Fall sehr interessant. Wollte ich auf jeden Fall hier nochmal mit euch geteilt haben, weil nicht allzu viele wissen, wie diese Story zum Beispiel bei Marvel war. Bei Marvel kann man eigentlich nur sagen, hat sich das eher so ein bisschen angefühlt im Nachhinein, wie so eine Art kleiner Testlauf. Und das, denke ich mal, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen hier bei Lamborghini, wo einfach geschaut wird, hey, ist das Ganze für uns was? Und natürlich liegt der Fokus hier auch auf Geld machen. Das ist, denke ich mal, recht offensichtlich. Aber ich denke, wenn hier auf jeden Fall Lamborghini gut absahnt und gute Erfolge sieht, dann werden wir hier auch die ganze Volkswagen Lizenz höchstwahrscheinlich sehen, meiner Meinung nach. Aber du kannst mir natürlich sehr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob das dich überhaupt interessiert. Bist du überhaupt ein Autofan? Würdest du es feiern, wenn das Ganze kommen würde? Schreibe es mir sehr gerne mal unten in die Kommentare. Noch ein kurzes Update zu Payout. Für all die Leute, die sich auch mal was auszahlen wollen, der Betrag wird auf 500 Gems anstatt 1000 reduziert gegen Ende des Jahres jetzt. Und das auf jeden Fall nur an dieser Stelle vermerkt, dass ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, dass ihr jetzt auch schon ab 500 US-Dollar bzw. 500 Gems auf dem Konto auscashen könnt. Ein Video dazu werdet ihr auf jeden Fall hier irgendwie unter dem i finden, da ich auf jeden Fall das Ganze schon mal für euch vorgestellt, wie ihr da einfach vorgehen müsst und wie lange das Ganze dauert und so weiter und so fort. Und als nächstes schauen wir uns auf jeden Fall hier nochmal die Gewinner an. Das ist einmal die erste Seite und das ist einmal die zweite Seite. Gilt natürlich wie immer, schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr hier unter den Gewinnern sein solltet. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und würde mich natürlich auch sehr freuen für euch. Und das war es an dieser Stelle jetzt auch mit dem ganzen Video. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen wieder. Guten Abend. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.